Als nächstes möchte ich den Murat von der Kommunistischen Partei der Türkei ankündigen. Die Türkei ankündigte den Menschen und das Rückmeldet Difft. Diese Zeit hat der Kube, mit seinen Puppern in der Städte zu verabschieden, die die Städte und die Regierung des Menschen verabschiedet hat, hat wieder zu Verwendung das zu verabschieden. Der USA hat wieder zu sagen, dass sie nicht der Rätsel von der Brüten sein werden und sie nicht ausreichend werden, wenn es um seine eigenen Interessen zu verabschieden wird. Clearly, if there is a threat to security, it is the United States itself. But the threats of United States imperialism will not be enough to delegitimize the Bolivarian Republic and its elected official representatives. Communist Party of Turkey strongly condemns these moves of the United States and its allied extensions. Just as during the coup attempt against President Chavez in 2002, the Venezuelan people who flocked in front of the Miraflores Presidential Palace with a great will as of yesterday and defended their sovereignty rights, will ruin this game too. The future of Latin America is in the struggle for equality and socialism in the tradition of standing against imperialism. Venezuela will not allow imperialism to win.